So wie die da sitzen, man. Aber mir sind zwei Stück, die schießen noch nicht. Aber nicht die. Aber nicht die vom Berg. Nee, nee, andere. Die sind hinter mir. Ich glaube, ich laufe jetzt auf den Berg hoch. Ja, lauf, lauf, lauf. Ich hoffe, die spotten mich nicht. Ich glaube, dass die vielleicht aus der Base auf mich schießen sogar. Jetzt kommen wir zu zaubert weg. Oben auf dem Hill, auf da. Wo? Jägerstand oder weiter vorne? Schuss. Ja, ich schieße auf ihn. Ein gelbe Leben. Ich bin schon auf dem Weg. Aber ich gestorben bin, circa. Bin wegen dort leben. Was machst du denn schon wieder? Ich, Makaria. Was machst du? Ich schieße auf den Weg. Da oben ist er. Ja, genau. Jo, hab beide. Ja, nice. Das ist er. Ergib, sie kommt zu uns erstmal. Ist das alles vergedämpft auf mich? Mann! Wieder Gangcrash. Ich hasse dieses Scheißspiel, ey. Aber noch ein Hit. Mann, ich könnte kotzen, ja wirklich. Jedes Mal, wenn du beschossen wirst. Warum ist denn man das immer? Weil die alle ihre Mods nicht richtig hinkriegen, oder was ist das hier für eine Scheiße? Du bist dead, aber noch. Nein, ich glaube nicht dead. Alles andere wäre auch Quatsch. Hä, so kann ich die Waffen... die Sniper nicht nehmen. Hallo? Hier schluss abgegeben und dann kriegst du immer noch ein Gamecrash, ey. Da könnte ich kotzen, wirklich. Keinen Spaß. Ich bin gut. Danke. Oh, ich werde auch beschossen. Von wo? Die schlagen direkt neben mir ein. Aus deiner Richtung irgendwo vorkommst. Weiter rechts. Ne, ne, ich umziele nicht um die Mountain. Kann nicht sein, so wie die Schüsse eingeschlagen sind. Oh ja. Der Kack! Was ist denn denn? Oh, mein sag ja. Oh. 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 Sitzt du noch da irgendwo? Einer liegt da, im Busch. Oh. Digga, ich... ...dick aus. Danke, ich... fliegen deine schüsse auch so komisch ja die waren drauf und der ist irgendwie links geflogen meine schüsse ich muss ganz woanders hin zählen um den zu treffen jetzt schau mal ein wenig darunter ich vorstelle zu den leichen meine ersten zwei schüsse einfach durch den durch geflogen ich schieße so wie ich immer schieße und irgendwie die hälfte fliegt aber daneben jetzt schau dass du da herunter schaust das einfach hat eine krass junge in echt hässlichen mann diesen schuss auf mich ne es war auf den anderen aber der ist ein toter der steht das ist einfach mal reingeschossen ich bin so wie ich immer spiele sie ist dann beschwerde ich nicht dass das meine schüsse nicht getroffen haben die waren nämlich genauso draußen der steht vor mir und einfach auf mich spray blickt an ihm vorbei einfliegt ein stück da vorne ich blick peter stehen die da auf mich kommt in der nächste schuss fliegt wieder üben ist vorbei ja aber die waren drauf mann die waren trau ja 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 das verstehe ich nicht alle der ist so full aber alles ruiniert oder und in der backpack ist ruiniert ich kann trotzdem anziehen geil gemacht jtag sr bisschen buggy das server card ja aber das ist gut wenn man das anziehen kann und die ruhen jetzt hier alle so viel jtag money dabei oh ich brauche 3 max blackheaven die kante lsd medson bdng snapper cosy auf dem server lsd ja ja also denkst du wirklich dass wir spaß haben werden heute nein ich denke nicht aber genau lass die waffen einfach liegen dann ja nicht dass du drauf gehst ich bin mir nicht das magazine raus mit dem königern obwohl das scheiß aber vielleicht auch nicht dass ich drauf bin es sind nur drei schuss drin oder zwei hinter dir kommt eine vkms direkt hinter dir warte ich sehe nicht den ich treffe die steffel treffen nicht oder du hast den was mich hat angelabert wenn ich der geschossen hat nenne der war zu nachvollständig hier Prozent vor dem busch also da wo ich gerade auf zu laufen und beschränkt er hat keine Waffe gehabt er hat einfach nur Leichen gelootert also keine ahnung wo die schüsse hingehen ey es nervt wieso werden wir jetzt hier nicht beschossen keine ahnung ey kommst du over now oder was machst du voll rein echte base erstmal ja die waffen ablegen ich hab keine lust mit fünf waffen rum zu rennen war vkms sehr interessant wie gefühlt ganz baumaschiner direkt joint wenn du einmal hier drauf spielst ja ja lex anscheinend auch gerade das stimmt nicht akila aber das ist eigentlich volljährig wer hat er geschrieben weiß ich nicht es war safe paints oder so da ist jetzt hier oben in den bäumen irgendwo wie ist da ripsy fresh irgendwas ok random hinten bleibt auch einer marka 2 ne marka 2 ist einer der was zu dir ripsy bin auch noch rechts von mir oder über mir in den tunnel auch noch bitte ich versteh dich nicht ich hab auch noch nicht gedacht man schuss ne unten läuft einer zu ripsy genau ja echt kannst du den marka weg machen ne jetzt ist der direkten berg vor euch ich krieg einen handball fresh spawn wo schlägt man einen schuss ein direkt wo marka 3 direkt wo marka 3 das war gut das war der bis auf jedes mal nein ich glaube nicht das ist schon wieder so ein krampf hier man die kommen die ganze zeit aus dem trailer raus gibt den wildmann der ich hab elf player kills alter toll schuss auf mich los der mann mit dem trailer ja den aber nicht den wo pressboren wo es wird der stadt der press von der war hier im grünen haus vor mir glaube ich ist einer im hexenhaus glaube ich drin in der base da hab ich aber auch drauf wir waren im hexenhaus hey da steht doch einer wo am eingang vorne an der base und ne ja ja hab ihn meiner weg meiner ja stimmt war ich da ne aber das war der nicht wo geschossen hat oder glaubt auch noch einer sein eventuell da der hat ein m24 daniel's defense ich werde gleich erschossen Die Waffe um die Muni rein, das ist nicht mehr viel. Hast du die BD gelootet? Ich hab schon bald respawned. Ja, mit der Waffe auf dich geschlossen. Oh ja, der hat eine DMR, aber ich hab keinen Platz dafür. Äh, dann verschießt er oder so. Ich glaub, da liegen dann. Ich hatte nicht mal einen Scope. Loll. Ja, es gibt einen Lightning noch. Ja, das sieht man schon wieder hässlich aus, man. Mit diesen ganzen verschiedenen Gillis, man. Ich hab ihm einfach einen Gilli-Kunterbund, man. Der Maiden ist ja schon die Leiche hintergeludelt haben. Dem, wo ich genacht schaub. Der Typ hat so kastiert, weißt du. Wir haben hinter so einem Gras ganz leicht ein Köppchen gesehen. Dann kann man schon eine Bombe durch den Gras. Ja. Sag mal so, wenn auf Distanz Leute auf uns schießen, schießen sie sowieso auf mich, also. Ich bin, glaub ich, jetzt grad so ein Schussmagnet eventuell. Frau Kamps. Ja. Heute musst du performen. Bitte? Warum? Heute musst du performen. Nee, ich hab eigentlich keinen Bock, Jade zu verlieren. Warum? Das ist scheißegal. Warum? Weil ich nicht will, dass sie irgendeinen Flap hat. Ich hatte schon einen Flap. Wie so ein komischer Sniper Kosi oder sowas. Und das will ich nicht. Ich snipe, ich hatte schon einen Flap. Ja, pscht. Der hat eine SA und so hier. Ich hab gar keinen Platz. Ich hab nichts zu finden. Ich auch nicht. Ich hab keinen Hucksack für den, warte, 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 warte. Den Hucksack runden kann ich nicht anziehen. Ja, dann war es nur dieses MBS. Bei den Typen... Ich habe auch MBS. Bei den Typen, den ich unten führte, den konnte ich auch nicht anziehen. Den O-Tekoball oder... Den geht die anziehen. Obwohl, und dann... Damaged. Pack alles ein. Pack alles. Zählen die Base einfach. Na, ich wollte mir grad einen MV jetzt halten. Na, da ist er. Doch, ich geh jetzt mit der Base. Was ist Mookie eigentlich? Wo ist Mookie eigentlich? Näh. 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 Näh.